Hallo Tischtennisfreunde, ich bin Michael Pollack, Erfinder von Tischtennistrainingsgeräten aus Fellbach, nahe Stuttgart. Und in diesem Video zeige ich Ihnen meine neue Erfindung, das Leichtmobil Returnboard. Wie der Name es sagt, ist das Leichtmobil Returnboard ein Returnboard-Trainingsgerät. Es ermöglicht ein individuelles Tischtennistraining im Verein oder im Hobbyraum. Gut so. Kommt ein langer Ball zurück, kann ich einen Ballwechsel trainieren. Spieleröffnung mit der Rückhand. Ball auftippen und vor das Bord schlagen. Es soll ein langer Ball zurückkommen. Level 11, schnelles Topspit-Training. Wir kommen. Applaus 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 Untertitelung des ZDF, 2020